Wie machen es eigentlich andere? Wie machen es die Schweden, wie machen es andere europäische Länder, wenn es um ihre Sicherheit geht? Ich meine, das, was Sie jetzt als Befund geschildert haben, da kann ja schwarz vor Augen werden. Das heißt, also all das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, kann uns durchaus jederzeit wieder blühen, weil wir im Grunde nicht wissen, wer in unserem Land ist. Ja, eigentlich dürften diese Leute auch gar nicht zu uns kommen. Wir haben die sogenannte Drittstaatenregelung, die besagt, dass ein Asylsuchner nur nach Deutschland kommt, wenn er direkt nach Deutschland kommt. Wenn jemand über einen sicheren Drittstaat kommt, und alle EU-Staaten sind sichere Drittstaaten, sind diese Staaten dafür zuständig. Aber das wird einfach nicht angewandt. Ich kann mich noch erinnern, als wir damals das Verfahren beim Bundesverfassungsgericht in den 90er Jahren hatten, zum Thema Drittstaatenregelung, da hat dann ein Klageführer gesagt, ja, in Deutschland kann man ja nur dann Asyl beantragen, wenn man entweder mit dem Flugzeug oder mit dem Fallschirm abspringt, weil ansonsten sind wir umgeben von sicheren Drittstaaten. Tatsächlich ist heute die Regelung, die wird einfach nicht angewandt. Man könnte den Eindruck haben, viele Politiker denken, legal, illegal, scheißegal, wir lassen einfach diese Leute rein. Das macht den Unterschied aus zu anderen EU-Staaten, die noch sagen, legal ist legal und illegal ist illegal. Wir lassen diese Leute nicht rein. Ich war in Ungarn gewesen, die jedenfalls sagen, wir möchten als Ungarn in Ungarn so leben, wie wir schon immer gelebt haben. Und wir möchten hier nicht dominiert werden von Migranten und wir möchten auch nicht, dass es einen Muezzin-Ruf in Budapest gibt, wie es einen Muezzin-Ruf eben in Köln gibt. Das wollen wir einfach nicht und das müssen wir Deutschen für die Ungarn zugestehen, aber wir Deutschen dürfen es auch für uns in Anspruch nehmen, so zu denken, wenn wir wollen.